Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, du bist hier bei Finanzen with me und ja heute wollen wir uns mal wieder ein Unternehmen anschauen, das aus dem Bereich der erneuerbaren Energie stammt und zwar geht es heute um Carnegie Clean Energy und wie immer will ich euch zu Beginn des Videos erstmal ein paar kurze allgemeine Fakten über das Unternehmen erzählen. Der Sitz dieses Unternehmens ist in Australien, der CEO ist derzeit Jonathan Fives und hier will ich mich auch gleich für die Aussprache entschuldigen, dann geht es weiter mit der Marktkapitalisierung, die beträgt derzeit ca. 15 Millionen Euro und sie kommen wie schon gesagt aus dem Bereich der erneuerbaren Energie und unten in der Mitte ist wie immer die WKN zu finden, falls sich jemand das Unternehmen genauer anschauen will. Bevor es dann auch schon gleich mit dem Geschäftsmodell dieses Unternehmens weitergeht, würde es mich extrem freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen könntet oder auch mir irgendwelche Kritik oder Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben könntet, das würde mir echt sehr viel bedeuten, denn die Videos nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und es ist immer schön zu sehen, wie die Videos bei euch ankommen. Also falls euch meine Videos gefallen und ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen. Nun will ich euch auch nochmal kurz das Geschäftsmodell von Carnegie erklären und zwar sind sie Entwickler von Wellen Energietechnologie und Projektentwickler von Solar- und Batteriemikronetzen. Außerdem sind sie auch in der Solarbranche tätig, dort besitzen sie auch ein Solarfeld, welches auf 25 Hektar aufgebaut worden ist und über 33.000 Solarmodule enthält. Sie beschäftigen sich mit dem Entwurf, der Entwicklung und der Finanzierung sowie dem Bau, Betrieb und Wartung von Mikronetzen. Sie haben auch zahlreiche bekannte Partner wie z.B. Microsoft. Natürlich hört sich das alles sehr spannend an, wenn man z.B. mit Wellen Strom erzeugen kann. Das ist aber nicht mal so unbekannt. Es gibt auch mehrere Firmen, die das schon machen und außerdem ist der erneuerbare Energiesektor sehr breit aufgestellt. Dort muss man natürlich selber entscheiden, für welches Unternehmen man sich am Ende entscheidet. So und wie immer schauen wir uns auch den Kurs des Unternehmens an. Hier sieht man ganz klar, wenn man auf den Einjahres-Chart geht, die Aktie bewegt sich eigentlich so gut wie gar nicht auf den Einjahres-Chart. Merkt euch das, weil gleich seht ihr noch was anderes. Und zwar macht das immer nur kleine Peaks und ist dann Ende des Jahres angestiegen, bis auf 0,6 Cent. Und ja, das macht eine Jahresperformance von 500%. Bei 500% Jahresplus denkt man sich jetzt bestimmt die Aktie ist extrem stark seit Anfang angestiegen. Aber da kann man sich auch nochmal den 5-Jahres-Chart anschauen. Dann fällt auf, dass die Aktie circa bei 4 Cent gestartet ist in den letzten 5 Jahren. Ist dann extrem angestiegen bis auf 8 Cent ungefähr. Und hat dann seit ungefähr Mai 2017 einen extremen Abstieg bis zu den 0,006 Euro. Und ja, das ist schon echt krass, wenn man sieht, dass die Aktie eigentlich in den letzten 5 Jahren nur back up ging. Das macht mich ein wenig stutzig, sagen wir mal. Aber es ist ja eher so, dass sie in diesen Jahren, in den letzten paar Monaten mehr abgeliefert haben, also mehr vorzuweisen haben, wie zum Beispiel die Kooperation mit Microsoft. Und ja, also ich finde, mein kleines Fazit am Ende, ich finde, das ist eine spannende Aktie, weil erneuerbare Energie ist insgesamt jetzt viel mehr im Hype und auch viel mehr im Thema. Also wer eine kleine Zockeraktie, sagen wir mal, braucht, ist hier eigentlich genau richtig. Es kann extrem abgehen oder auch bis auf 0 gehen. Das weiß man bei so einem Unternehmen nicht. Und dann würde ich jetzt sagen, schauen wir uns noch ganz kurz ein paar kleine Zahlen an. Und zwar bedruckte der Umsatz 2019 340.000 Euro, 2020 waren es nur 78.000 Euro und das Nettoergebnis war 2019 minus 33 Millionen ungefähr und 2020 minus 1 Million. Das liegt aber auch daran, dass sie natürlich noch in der Forschung und in der Entwicklung sind. Und die Marktkapitalisierung, wie schon am Anfang des Videos gesagt, liegt ungefähr bei 50 Millionen Euro. In der unteren Grafik sieht man natürlich auch, dass 2017 mal ein etwas stärkeres Jahr vom Umsatz her war und das Nettoergebnis in den letzten Jahren, also 2018 und 2019 vor allem, sehr stark nach unten gegangen ist. Das hat sich 2020 etwas erholt. Aber ja, das liegt natürlich auch an der Entwicklung. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon zum Ende des Videos angekommen. Dann danke ich euch bis hierher zum Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich echt über ein Like und ein Abo freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Verbesserungsvorschläge oder eure Meinung zum Unternehmen in die Kommentare schreiben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.